Wo? Ja, die Autos! Holger, Kuhar, Eben, Baff! Unglaub, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Art Halleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich sprech' grad mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller! Äh, laden Sie doch, wir gehen mal so jung, ey! Sie wissen nun, dass Berlin und der Artilleriefeier liegt. Und da, weh, weh, weh! Haben Sie den Beschuss, nicht? Ein, weh, weh! Die Russen sollen eine Eisenbahnbranke über die Oder haben! Die Russen sollen eine Eisenbahnbranke über die Oder haben! Der Feind hat keine Eisenbahnbranke über die Oder haben! Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Ein, weh, weh, weh! Sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke! Oh, weh, weh! Ist der Russe schon so nah? Ganze Lüfter vom Führer und sofort aufhängen! Das ist unerhört. Und heim! Kilometer vom Strecke! Und ich erfahre das heutzutage auf Nachfrage! Maulaukapp! Tug brab, tug japp, kum brab, hütt! Ja, Alter! Vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!